Hihihi! Es geht weiter! Es geht weiter Leute, Snakeman ist mit einer crazy Mucke am Start. Okay, let's go! Ja? Was? Broly? Echt was? Oh nee! Oh nee! Gewonnen! So, jetzt... Wo geht's jetzt hin? Altraumzauber, keiner kennt ihn. Wo geht's jetzt hin? Oh, oooohle! Kerten! Bringt wir's mal irgendwo hin. Einfach... Einfach Fisch! Ist ein Fisch? Er ist Fisch! Müssen wir nicht drüber diskutieren. Fisch! Einfach Fisch! Einfach Fisch! So, ist ein Fisch? König Dedede! Bereit! Los! Warum ist er so aggressiv? Ach so, da hat er jetzt auch weiter. Okay, brechen! So! Fisch! Elektro-Fair, okay, nicht schlecht! Ist schlecht! Malou-Faik-Dodo! Ach so, lol! Okay, da kommt man wieder raus, stimmt! Wenn man den Bildschirmrand verlässt, kommt man auf der anderen Seite. Frau! Mehr Jungfrau! Okay! Hohoho! Die Arme! Pdealers! Snyder, wäre der große Ehrenwerk! Nimm ihn, eh! Lass uns descobrir. Gib doch schnell doch unter dem Was mit Mut New Was ist das? Gumeris, oh Melee, Melee, stimmt das war Melee Musik, oh mein Gott was für eine geile Mucke, ja A krieg ich auch nicht weiter, ja A, anders, was anderes können Kirby spielen nicht, ja A, und runter B, die sind nicht so wie FFM-Bose hier, Bam, Wrestler, Kämpfer, alles, ja A, hey, oh, ja jetzt sind die sauber, weil ich sie besagt habe, oh oh BD? BD? Jetzt sind die sauer. Jetzt sind die sauer die Kerbyspieler. Ja, aber die Einzigen können Kerbyspieler auch nicht spielen. Die sind immer zu fütter oder so. Die tun sich immer zusammen. FFM-Boser, Einzelkämpfer aus dem tiefsten Ghetto. Und mit Items. Ohne Items können die auch nicht spielen. Ja, das ist ja. Ja, das ist ja. Ja, das ist ja. Das war's für heute. Junge, eine Faust, eine Faust reicht. Eine Faust! Reicht. Genau dies. Die ganze Zeit. Ja, hey, ja, hey. Ja, hey. So, Freunde, jetzt geht's wieder zu... Was? Weltraum? Street Fighter? Oh mein Gott, was für ein geiles... Was für ein geiles Easter Egg. Was? Was? Nee. Wie geil ist das denn gemacht? Was? Wie geil ist das denn gemacht? Oh mein Gott, Props an Nintendo dafür. Wie geil ist das denn? Oh, ja, mach langsam nicht. Wie geil ist das denn? Was? Oh mein Gott! Was? Wie geil ist das denn? Wie geil ist das denn? Wie geil ist das denn? Ich habe das denn gemacht. Das haben die so geil gemacht! Auf Level 99 Evolution möglich! Oh, Hammerbruder, wie nett der aussieht! Das ist so geil gemacht! Blanka! Die ganze Zeit ist gespammt, die ganze Zeit ist gespammt! Die ganze Zeit damals! Oh, die Musik! Blankas Musik! Oh, die haben doch überhaupt zu Blanken gemacht! Einfach so! Jetzt bin ich Blanker, was ist los? Oh, mein Herz! Die haben das so geil gemacht! Die haben das so geil gemacht! Das ist unglaublich! Ich heul! Jetzt ist es weiter mit der Reise! Oh, mein Gott! Ah, schau, nach rechts müssen wir! Nämlich, warum Escalist so, Freunde? In Street Fighter und Super Nintendo, wenn ihr den Charakter gewählt habt, dann fliegt ihr quasi von Location zu Location, wenn ihr den Charakter gewählt. Und das ist eben so, von PlayerSelect von Street Fighter ist das! Zangiev! Alter, Junge, wie krank! Was? Zangiev! Das ist kein Feuer! Zangiev! 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 Ragnarok, 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 Ragnarok Oh, ich bin in der Kampf, ne? So, ich bin auf Freiko Ja, ich hab ja noch mein Item. Boah, der wird süß. Boah, gewonnen! Alter, wie geil. Wie geil das gemachtes, mann. Unglaublich. Au! Diese Musik! Oh mein Gott, das ist eines der geilsten Momente grad in meiner Videospielkarriere. So ein E-Stack raushauen. Solche Feelings raushauen, das ist unglaublich. Street Fighter auf dem Super Nintendo war mein erstes Super Nintendo Spiel. Ich heule grad nachts. Die ganze Musik, alles kommt mir einfach bekannt vor. Mein Gott! W eso rien geht. Insau. vicious Raus mit dir, oh wie geil, oh mein Gott, oh mein Gott, der Hype, der Hype ist zu groß. Macht euch gespannt auf eines der geilsten Mucke in der Videospielbranche, oh mein Gott, sie nehmen auch Metternat zu dem Charakter, das ist so geil, dass sie die passenden Charaktiere nehmen, also ähnlich, also die passenden zu denen. Was ist das? 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 Die Ultra-Ensicht-Dodges. Was für eine brutale Map. Oh mein Gott. Die zweite bitte sagt ja. Zagat! Oh mein Gott. Was für ein Obok? Das war's. Zagat. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das war's. Ich hab's schon durchgelegt. Sag mal was ist mit dir? Der bleibt einfach stehen. Was ist mit dir? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Krass. Oh. Wir haben was zweigeschaltet. Warte man. Ist das ein Sinn? Nein. Mr. Bison. Mr. Bison. Ohne Spaß. War ich der Erste, der nicht gedacht hat. Aber dann sah mir das ein bisschen so Tempel-like aus. Also Jungs. Krass. Jungs und Girls. Bison. Bison. Den nimmt einfach Ganondorf. Angestreckt. Angestreckt. Spunkabfeld. Oh je. Bison war nämlich der Endgegner damals. G минут. G 10. 1. G 10. 2. 1. 2. 2. 1. 11. aber der wird nichts wissen wie langsam ich bin, sprungkraftwerker, ich hab übelste debuffs krass, 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 geil, geil, dass es herausfordernd ist, richtig geil, 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 Wein, Okay, liegt mal vielleicht nicht so die beste Wand. Scheiße macht der Schaden. Oh, das war es gar nicht. Was? Ich habe es zuerst aktiviert, ich habe es zuerst aktiviert, ernsthaft? Der hat es gedodged, wow, was für eine Ratte. Oh nein, nein! Knapp, knapp, knapp. Geil, oh mein Gott, wie krank das gemacht ist. Scheiße macht das Schaden. Oh. Nein! Nein. Nein. Hände zu tun. 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 Das war's für heute. Genau das! Genau das! Oh mein... Bison! Was ein brutaler Geist, Bison? Was? Was? Yo, Mester! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ich denke, Psyan für Ness und Lukas, bitte! Gros! Und... Was? 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 Oh! 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 Ah, so geil gerade. Ah, so geil. Oh, das ist der Brutal. Wie geil, Riu. Riu! Genau das. Oh mein Gott, wo geht sie, Mann? Aha. Kommen wir, wo kommen wir hin? Ah, lol, okay. Hat sie keine Kämpfe mehr, haben wir alles geschafft hier. Echt? Warum nicht überall? Ja, ich glaube, ja. Äh, nur, Freunde, lasst uns kurz erkunden hier, was hier abgeht, ob wir noch mehr gibt, aber ansonsten war das auf jeden Fall eine wirklich sehr schöne Map. Ich hab's wirklich... Ah, guck mal, da unten. Nein, schon. Also, ich sehr genossen, was hier abging. Es war übertrieben geil. Vielleicht können wir nochmal hin, um Kenzu befreien, aber auch von einem anderen Ort aus. Kann ich mir vorstellen. Achso, guck mal, wir sind jetzt wieder hier. Ja, legit. Kann ich mir vorstellen. Ja, ja. Ende, Freunde. Dann bedanke ich mich auf jeden Fall fürs Zusehen. Wir haben Riu geholt. Es ist doch so eine schöne Map. Es ist doch echt eine schöne Map. Ich hoffe, ihr habt auch Spaß daran. Wenn ihr habt, gebt den ganzen Like. Und wir sehen uns das nächste Mal. Haut rein, Freunde. Peace. Bis zum nächsten Mal.